Kabinengeflüster. Der Handball-Podcast aus dem Medienhaus, mein ich. Präsentiert von Green Monkey. So, da sind wir wieder. Folge 28 von Kabinengeflüster. Präsentiert von Green Monkey. Heute eine Folge, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue. Der Name von meinem heutigen Gast ist nämlich schon gefühlt in jeder Folge gefallen. Vor mir sitzt Philipp Awanzo. Hi, Philipp. Servus, Can. Freut mich natürlich erstmal hier sein zu dürfen. Ich bin natürlich fleißig am Verfolgen vom Podcast und freut mich einfach hier zu sein. Freut mich wirklich sehr zu hören, weil ich glaube, du bist auch einer der meistgenanntesten Namen in der Top 7, weißt du? Diese Rubrik da am Ende. Und da bin ich auch bei dir gespannt, wen du da am Ende aufführst. Aber jetzt erstmal zu dir. Normalerweise sage ich immer, du sollst dich selbst vorstellen. Mach mal. Stell dich mal selbst vor. Ja, mach mal. Okay, ich bin Philipp Awanzo. Ich bin 22 Jahre alt. Aktuell wieder Spieler bei den Rhein-Neckar Löwen. Zu der Geschichte, warum wieder. Ich war jetzt für acht Monate ausgeliehen an GWD Minden. Hab dort jetzt acht Monate in der Bundesliga gespielt, um ein bisschen Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln. Ich komme gebürtig aus Hanau. Hab dort auch die Jugend verbracht. Also sprich, ich habe bis zur B-Jugend dort gespielt. Hanau-Jahr Zusammenschluss aus TV Kesselstadt und Steinheim. Und dort bin ich auch dem Can das erste Mal über den Weg gelaufen. Und dort haben wir uns kennengelernt. Haben zusammen dort ein bisschen schon trainiert, gespielt. Und das zweite Mal sind wir uns dann bei den Löwen, Junglöwen über den Weg gelaufen, als er dann zu den Junglöwen gekommen ist, wo ich dann ja schon zwei Jahre war auf dem Internat. Und ja, genau. So laufen wir uns immer wieder über den Weg. Aber ich muss sagen, ich glaube seit acht Jahren, so eine lange Pause hatten wir eigentlich noch nie, wir zwei. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Ja, auch gerade als wir uns getroffen haben, war das irgendwie so, ey, wie lange haben wir uns eigentlich nicht mehr gesehen? Darf mir das irgendwie zwischendrin immer was anstanden? Genau, die Freude ist auf jeden Fall ziemlich groß. Also wirklich, wirklich schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, gerade Sommerpause. Genießt du die Pause? Warst du im Urlaub schon? Auf jeden Fall, ja. Also wir haben jetzt noch bis zum 13. frei, bis dann die Vorbereitung wieder anfängt. Also wir haben natürlich so ein paar Pläne bekommen, wie wir laufen müssen und so. Aber es hat zum Glück auch erst am Montag angefangen. Und ich bin Sonntag gerade aus dem Urlaub aus Italien wiedergekommen. Also ich konnte so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und jetzt fängt so langsam wieder an, das Geschäft, das tägliche Geschäft, dass man sich einfach wieder auf den Trainingsbetrieb drauf vorbereitet und so. Und sich langsam wieder einfindet. Das ist auch sowas. Das ändert sich wahrscheinlich nicht von egal welche Liga. Also ich hatte letztens einen aus Aschafthal, aus der BOL hier, der hat auch erzählt, der hat einen Laufplan und muss laufen gehen, sich fit halten. Wir haben jetzt langsam so wieder die aktive Pause, wo wir laufen gehen müssen und auch in der ersten Liga natürlich du auch fleißig am Trainieren. Wobei ich sagen muss, dass du, glaube ich, früher deine Laufpläne nicht immer ganz so befolgt hast, oder? Ich auch nicht. Also ich glaube, die Leute, die sich die letzte Folge war, glaube ich, mit Luca Braun angehört haben, die müssten sich das schon so ein bisschen jetzt ein Bild darüber verschafft haben, wie denn mein Trainingsfleiß mal war. Ja, denn ich würde behaupten, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich bin schon einfach disziplinierter geworden in den Dingen und so. Und ich weiß jetzt auch, wo es drauf ankommt. Dann mache ich mal lieber ein Burpee zu viel als zwei zu wenig wie damals im Drittliga-Training. Und ja, ich glaube schon, dass ich einfach so ein bisschen daraus gelernt habe und jetzt mittlerweile weiß, wo drauf es ankommt. Sehr gut, sehr gut. Genau, du hast es erwähnt, du hast ausgeliehen nach Minden. Die Saison ist vorbei. War die auf Abschlussfahrt? Gab es sowas in Minden? Es war angesetzt, aber dann war viel so, dass viele Spieler gesagt haben, zum einen, weil natürlich auch viele Spieler gegangen sind, aber zum anderen auch, dass viele Spieler einfach gesagt haben, ja, wenn wir es schaffen, die Klasse zu halten, dann machen wir da einen Abschluss draus. Und wenn nicht, dann war für viele schon vornherein klar, dass sie es nicht machen. Und dann war es einfach so eine kleine Gruppe, dass man hätte sagen können, es lohnt sich wirklich, zusammen wegzufahren. Ja, aber Ziel wäre auch sonst Malle gewesen. Ja, so wie bei uns. Ich bin ja auch erst aus Mallorca zurückgekommen. Für alle, die es interessiert, es war, war gut. Es war wirklich wieder, also für die Leute, die schon mal auf Malle waren, die kennen es. Ich bin zurückgekommen und diese Wassereinlagerung in meinen Knöcheln, weißt du, da hättest du einen Strohhalm in meinen Badenbein rammen können, da hättest du Wodka-Lemmen draus drinnen können. Ups, jetzt fällt mir gerade mein Handy hier runter, tut mir leid. Ja, also es war wirklich so, oh, einfach unangenehm dann am Ende auch, ne, aber es hat Spaß gemacht und genug von Malle geredet hier in den Podcasts. Heute soll es um was anderes gehen, ja. Die U21 ist gestern ins Halbfinale eingezogen, ne, mit unserem alten Freund, beziehungsweise deinem aktuellen Teamkollegen David Späth. Und, ähm, der Typ ist auch, äh, ist, ist krank, oder was dir gerade abgeht. Also ich hab's Spiel, äh, gestern tatsächlich auch gesehen und der hat ja einfach von vornherein wieder die Hütte zugenagelt und ich dachte, es ist jedes Mal aufs Neue so irgendwie, also es ist jedes Mal aufs Neue so schön zu sehen, wie er sich aber auch über jede Parade freut und wie er echt einfach Spaß an dem Ganzen hat. Und, äh, das macht einfach Bock zuzuschauen und die haben ja auch wirklich gut gespielt gestern, ja. Die Truppe ist eh, alter, also ein bisschen unfair, muss ich sagen, ne, also die spielen ja alle Erste und Zweite Liga. Also es ist echt sehr, sehr hohes Potenzial dabei und auch, ähm, viele Spieler, die jetzt schon eingestanden sind teilweise in der Bundesliga, wie jetzt Andreas Ostschins oder, äh, Justus Fischer, die wirklich auch einen sehr, sehr guten Job in der Liga machen. Und das merkst du halt auch einfach, dass die jetzt gerade bei so einem Turnier, wenn die dann alle zusammen noch spielen, da einfach eine gewisse Qualität mitbringen, die so wenig andere Nationen haben, würde ich behaupten. Ja, ja, vor allem Deutschland ist ja auch immer noch die, die stärkste Liga der Welt, ne, die Bundesliga. Klar, in der Spitze die absoluten Superstars, die siehst du natürlich, äh, keine Ahnung, in Barcelona oder sonst wo. Aber das Grundniveau hat man jetzt auch, glaube ich, am Champions-League-Sieg des SC Magdeburg gesehen, ist einfach unfassbar hoch. Ähm, das siehst du jetzt natürlich auch bei der U21-WM, ja. Aber nochmal, um auf David zurückzukommen, bei dem merkst du halt gerade, wenn es läuft, dann läuft es. So, egal was der macht, es funktioniert. Es scheint, oder es scheint zumindest zu funktionieren, weißt du. Und da siehst du aber mal, nach einem Tief kommt auch ein Hoch, ein unfassbar unglücklicher Kreuzbandriss von ihm. Ja, und jetzt gerade ist halt einfach, schwebt er auf einer Welle und ich hoffe einfach, der reitet die noch lange genug, weil er ist einfach so ein, den habe ich auch einfach gern gehabt, David, weißt du. Auch einfach so ein bodenständiger, lieber Typ, wo du einfach, ich meine, ich war ja fast drei Jahre mit ihm zusammen auf dem Internat und wir haben jeden Tag irgendwie sehr viel Zeit zusammen verbracht. Und ich bin sehr, sehr gut mit ihm ausgekommen, muss ich auch sagen, dazu. Aber er ist einfach vom Mensch her wirklich so ein entspannter, lieber Typ, dass du mit ihm dich auch nur verstehen kannst und so. Und dann freust du dich halt erst recht für ihn, dass er dann gerade noch so die Leistung bringt und so. Also, ja. Einfach angenehm mit dem Zeit zu verbringen, weißt du. Also ein angenehmer Typ einfach. Ja, du hast es schon erwähnt. Ausgeliehen an GWD Minden. Ursprünglich bei den Rhein-Neckar-Löwen-Untervertrag. Jetzt seid ihr ja mit Minden leider abgestiegen. Für dich persönlich, da du ja bei den Löwen nicht auf ganz so viel Spielzeit gekommen bist, hast du da natürlich eine andere Rolle eingenommen. Also viel Spielzeit gehabt, einen Haufen Tore gemacht. War es trotz des Abstiegs für dich ein erfolgreiches Jahr für dich persönlich? Also wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Klassenerhalt wäre so das i-Tüpfelchen gewesen. Weil ich meine, wir sind da echt, also als ich hingekommen bin, war ja Mitte der Hinrunde. Und da war noch kein Punkt auf unserem Konto. Also kein Pluspunkt. Ein paar Negativpunkte. Und ich glaube, von dem her kann man einfach nur sagen, das, was wir noch rausgeholt haben, mit was für einer Mannschaft wir da teilweise auf der Platte standen, ist es allein aus dem Aspekt definitiv ein positives Erlebnis oder ein erfolgreiches Erlebnis gewesen. Weil ich dort zum einen halt menschlich einen Riesenschritt machen konnte, als auch sportlich. Weil ich einfach in eine ganz andere Aufgabe, in eine ganz andere Rolle geschlüpft bin, wie du schon gesagt hast. Ich bin dort hingekommen und wurde ganz anders wahrgenommen, als wirklich als Hilfe, als Spieler, als aktiver Profispieler. Und den Stempel hier bei den Löwen hatte ich ja teilweise immer so, dass ich so das ewige Talent war. Oder dass ich halt einfach, ja, der Junge bin mit ein paar Vorgeschichten und so. Und diesen Stempel hatte ich halt dort überhaupt nicht und konnte einfach frei aufspielen. Und wurde so gesehen als Unterstützung halt. Leistungsträger, ja, absolut. Das hat mir halt einfach ein mega gutes Gefühl gegeben, dort anzukommen und zu wissen, okay, jetzt bin ich hier, weil man mich braucht. Und das Gefühl, dort dann eine Rolle anzunehmen, das hat mir einfach so viel gegeben, dass ich allein aus dem Aspekt schon sagen würde, es war ein erfolgreiches Jahr. Plus dann natürlich jetzt Sachen wie die Nominierung zur Nationalmannschaft und so. Das sind dann halt einfach alles so Kleinigkeiten noch, die dann dazukommen und über gute Spiele und über Erfolge und Siege. Aber alles in allem einfach mega geile Erfahrungen und ich würde es immer wieder so machen, wenn, also in der Situation, in der ich war, war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also ich kann dir auch einfach sagen, dass ich glaube, dass das der absolut richtige Schritt war. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich weiß nicht, war es dein erstes Spiel gegen die Füchse bei Minden? Ja, da bin ich irgendwie zwei Tage vorher in Minden. Also wir haben mittwochs, kann ich euch noch daran erinnern, haben wir mittwochs Pokal mit den Löwen in Leipzig gespielt, wo ich leider keine Minute gespielt habe. Aber ich war dabei, also so gesehen auch fast schon. Auch Pokalsieger, die Frage wäre noch gekommen, ob du Pokalsieger bist. Also ich erzähle mich jetzt so indirekt dazu, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich war dabei, ein Spiel, offiziell, aber ja, nee, keine Ahnung. Ja, mittwochs, wie gesagt, sorry, in Leipzig beim Pokal gewesen und dann donnerstags schon in Minden, donnerstags, freitags trainiert in Minden und samstags dann schon das Spiel gegen Berlin und dann halt einfach zu Hause gegen Berlin zu gewinnen, die gerade auf dem Absoluten... Die waren Tabellenführer? Die waren Tabellenführer und die hatten, glaube ich, noch keinen Minuspunkt oder so. Eine Woche vorher gegen Kiel gewonnen, glaube ich. Und dann spielen wir da zu Hause in der Kamperhalle, echt relativ voll im Haus und reißen auf einmal die Hütte ab. Das war so verrückt, so surreal. Ich komme da wirklich aus so einem kleinen Loch und komme da hin und werde auf einmal gefeiert und auch noch ein gutes Spiel gemacht. Ja, sechs, sieben Tore oder so gemacht, glaube ich. Und das war, also ich kann mich erinnern, ich habe die erste Halbzeit zu Hause geguckt und dann war ich irgendwie auf dem Weg ins Training oder sonst wohin und habe dann meinen Beifahrers Handy halten lassen im Auto und habe dann so aufs Handy geguckt. Und du hast dann am Ende noch drei, vier wichtige Tore gemacht und das war absolut verrückt. Und ich habe es einfach dir nur so gegönnt. Ich habe dir danach auch, glaube ich, geschrieben, weil es war... Du hast halt wirklich irgendwie jahrelang da irgendwie so ein bisschen... Klar hattest du schon deinen... Ja, wie soll ich sagen? Deinen Ruf, ne? So, du bist mega talentiert und du kommst noch, ne? Und eins der größten Talente, sonst irgendwas. Ja, aber da hast du dann halt auf einmal Verantwortung übernommen und das war... Hast dir so deinen Lohn abgeholt. Und das war schon saugeil, ey. Auf jeden Fall. Aber ich muss trotzdem sagen, bei den Löwen hattest du ja schon, auch in der Bundesliga und vor allem im EHF-Cup schon Spielzeit, ne? Und hast auch Verantwortung ab und zu mal übernehmen dürfen. Und ich erinnere mich, in irgendeinem EHF-Cup-Spiel hast du, glaube ich, elf Tore gemacht in der SAP-Arena. Ja, aber trotzdem bist du dann nicht regelmäßig auf deine Spielzeit gekommen, ja? Genau, was da so eher so das Ausschlaggebende war, dass ich schon Einsatzzeiten bekommen habe, keine Frage, aber dass ich nie so eine richtige Rolle hatte. Ich war immer eher so der Joker und mal gucken, ob es klappt und wenn nicht, dann halt nicht. Aber mir ging es ja auch jetzt darum, gerade mit dem Schritt halt einfach ein bisschen Verantwortung zu übernehmen und auch mal in eine Rolle zu schlüpfen. Und das hat mir halt davor immer so ein bisschen gefehlt. Wie du schon sagst, ja, ich hatte auch international im ersten Jahr echt relativ viele Einsatzzeiten unter Schwalbe. Und im nächsten Jahr dann auch mit Klaus Gärtner in der Bundesliga teilweise auch dann bei wichtigen Spielen auch mal kurz reingeworfen. Aber nie so, dass ich so wirklich das Vertrauen hatte. Und das Gefühl habe ich halt voll bekommen in Minden von Frank Carstens, mit dem ich mich jetzt im Nachhinein, auch wenn ich das Ganze nochmal so Revue passieren lassen, sehr, sehr gut verstanden habe. Der einfach verstanden hat, auch wie man mit mir umzugehen hat, sage ich jetzt mal, weil ich ja auch ein sehr impulsiver Mensch bin und sehr auffällig halt einfach sowohl emotional als auch einfach von meiner Art her. Und da hat er einfach einen super Weg gefunden, um ein Draht zu mir aufzubauen und ist da einfach sehr, sehr locker mit mir umgegangen und hat einen guten Weg gefunden. Ja, meine Frage ist jetzt aber, was meinst du, warum war das dann letztendlich so bei den Löwen, dass du da keine größere Rolle bekommen hast in deinen ersten Jahren? Obwohl du halt gute Leistung gezeigt hast und Fans und Umfeld waren ja schon überzeugt von dir. Alles in allem würde ich glaube ich schon sagen, dass das auch viel mit dem Stempel zusammenhängt, also mit diesem Stempel von dem ewigen Talent, der aus dem eigenen Stall, der Jugendspieler. Ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass man halt einfach nie so das Gefühl hatte, okay, er hat sich schon bewiesen. Aber letzten Endes kann es auch sein, dass es mit mir zusammenhängt, dass ich vielleicht noch fleißiger hätte sein können oder noch mehr zeigen können, auch im Trainingsbetrieb, im Trainingsalltag, dass ich es wirklich will. Aber letzten Endes kommt alles so, wie es kommen soll und ich bin jetzt völlig fein im Nachhinein damit, wie es passiert ist und ich habe ja jetzt auch nochmal die Chance hier zu zeigen, ey, ich bin jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gegangen, ich habe es jetzt irgendwie kapiert. Ich will hier voll angreifen und dann sehen wir, was sich so ergibt nächste Saison. Genau, jetzt hast du es ja schon bekannt gegeben, dass du wieder zu den Löwen zurückkehrst, aber so eine Laie, das kommt um Handball ja gar nicht so oft vor, wie für die Leute, also ich zum Beispiel auch, ich habe keine Ahnung, die Leute, die hier zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Wie kommt so eine Laie zustande? Bist du zu den Löwen gegangen und hast gesagt, ey, ich würde gerne mehr spielen, ich brauche, weil du hast ja einen langfristigen Vertrag. Da kommt man ja nicht einfach mal so raus. Bist du dann auf die Löwen zugegangen, hast du gefragt, ey, könnt ihr mich vielleicht ausleihen oder wie kam das zustande? Und wie läuft das dann vor allem ab? Also das Erste, was ich gemacht habe, natürlich mich erstmal meinen Ängsten zusammengesetzt und über die Situation gesprochen, weil es war auch keine leichte Situation für mich, dann in die Saison zu gehen, mit natürlich auch Hoffnung. Und dann halt ein bisschen so einen Rückschlag zu kriegen, indem du halt einfach wenig spielst, wenig Einsatzzeiten hast. Und dann habe ich mich natürlich erstmal zusammengesetzt, geschwätzt, wie sieht es aus. So, was macht am meisten Sinn, jetzt hier auf die Chance zu warten oder es irgendwie mal in die eigene Hand zu nehmen? Bin dann tatsächlich auch ein paar Tage später ins Trainerbüro gegangen und habe mich mit Sebastian Hinze, dem aktuellen Cheftrainer der Löwen, zusammengesetzt und habe ihn gefragt, was ich machen kann, um mehr Einsatzzeiten zu kriegen, ob ich ihm mehr geben muss. Und er meinte, ja, ich werde auf meine Zeiten kommen, ich muss im Vertrauen bleiben. Und das hat mich aber irgendwie nicht so richtig befriedigt, muss ich sagen. Also ich habe die letzten zwei Jahre immer irgendwie so auf diesen Moment gehofft und gewartet. Und deswegen nach einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Spiel es war, wo ich auch relativ wenig oder gar nicht gespielt habe, bin ich dann einfach auf ihn zugegangen und habe gesagt, wie sieht es aus, gibt es irgendeine Möglichkeit, lässt sich da was machen, vielleicht eine Laie oder einfach irgendeine andere Situation, dass ich auf meine Spielzeiten komme. Und sie hat mir auch angeboten, in der zweiten Mannschaft nochmal aufzulaufen, aber da bin ich ja da schon zwei Jahre raus gewesen und habe das dann nicht so als den richtigen Schritt gesehen. Für mich hat sich das dann eher wie so einen Schritt zurück angefühlt, wenn ich das jetzt gemacht hätte, um dort dann nochmal dritte Liga zu spielen. Und dann sind wir auch relativ schnell auf Minden gekommen, weil witzigerweise Frank Carstens und Sebastian Hinze ganz gute Freunde sind und die auch anscheinend schon irgendwie im Gespräch so ein bisschen darüber waren, weil da ja auch personell in Minden sehr abgeschwächte Truppe war mit vielen Verletzten. Und ja, dann ging das irgendwie alles schneller als gedacht. Ich hatte das angesprochen, einen Tag später hatte Frank Carstens mich schon angerufen und da war ich dann erst noch so ein bisschen skeptisch und war so, ah, sollte ich vielleicht es doch versuchen, mich hier durchzukämpfen und hier durchzubeißen, weil ich mich ja auch einfach sehr wohl hier in der Region fühle. Ich meine, es ist jetzt sechs Jahre fast, dass ich schon hier bin und mich auch sehr verbunden habe mit dem Verein. Aber dann bin ich irgendwann letzten Endes dann doch zu dem Entschluss gekommen, und komm, es hört sich nach einem guten Weg an, er spricht mir jetzt schon sehr viel Vertrauen zu und er spricht mir auch jetzt schon eine große Rolle zu, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, komm, ich gehe den Weg, ich mache den Schritt, ich lasse das Kapitel jetzt erstmal hinter mir hier und gucke, wie sich diese acht Monate ergeben, was passiert. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, im Nachhinein war das auf jeden Fall das Beste, was ich hätte machen können. Das hat mir mega viel Bock gemacht und ich habe coole Leute kennengelernt und bin einfach nochmal irgendwie auch über mich selbst hinausgewachsen. Ja, und das ist immer noch Bundesliga-Handball gewesen. Auch wenn es im unteren Abschnitt der Tabelle war, es war immer noch Bundesliga-Handball. Du hast immer noch gegen die Besten der Welt gespielt und wie gesagt, jetzt mal richtig gespielt. Und das Ende vom Lied war, ich habe es hier im Podcast angekündigt, dass du Nationalmannschaft spielen wirst und dann war es auch so, du hast dein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert. Da interessiert mich und die Zuhörer wahrscheinlich auch, wie läuft es ab? Hat Bundestrainer Alfred Gießlersson höchstpersönlich angerufen oder wie hast du davon Wind bekommen, dass du eingeladen bist zu dem Lehrgang? Das war tatsächlich auch ganz witzig. Ich bin vormittags ins Training und ich glaube, wir hatten um elf Training. Und dann hatte mir Frank Carstens schon gratuliert vor dem Training und ich konnte gar nicht so richtig zuordnen. Und wozu? Ich dachte irgendwie zum guten Spiel am Wochenende. Herzlichen Glückwunsch. Er hatte einfach so Glückwunsch und ich so, hä, wozu Glückwunsch? Okay, gutes Spiel gemacht, am Wochenende gegen Lemko gewonnen. Irgendwie so, vielleicht wollt ihr mir zum Derby-Sieg gratulieren oder so. Und ich so ein bisschen blöd aus der Wäsche geschaut und ich habe gar nicht weiter darüber nachgedacht. Dann hatten wir nach dem Training nochmal kurz uns einfach ein bisschen unterhalten. und dann meinte er so, ja, für ihn war das ja jetzt auch schon das Logische mit der Einladung. Und ich gucke ihn so an und sage so, ja, was denn für eine Einladung? Er so, ach, du Gurk, du hast noch gar nicht mitbekommen und so. Und ich so, ja, was soll ich denn mitbekommen haben? Ja, hat dich der Alfred nicht angerufen? Sag ich, nee, wie Alfred? Hey, was denkst du, warum ich dir von gratuliert habe und so? Ich so, hä? Ja, Alfred und ich hatten gestern telefoniert. Er meinte eigentlich, er wollte sich noch anrufen. Du bist jetzt eingeladen zu der Nationalmannschaftswoche und mit zwei Testspielen. Und ich so, was? Und dann habe ich nach dem Training auf mein Handy geguckt, hat er irgendwie um 10.45 Uhr oder so angerufen, weißt du. Und natürlich gutes Timing. Habe ich ihn zurückgerufen und dann irgendwie so ein, zweimal aneinander vorbei. Aber dann haben wir es tatsächlich doch geschafft, dass wir kurz schwätzen. Und er wollte mir erst mal einfach zu der guten Leistung gratulieren, die ich in der Bundesliga zu dem Zeitpunkt da gebracht habe. Und hat mich dann darüber auch nochmal persönlich informiert, dass ich eingeladen bin, dass er mich gerne dabei hätte. Und dass er mir auch ein paar Minuten gerne in den Testspiel, oder es war ja keine Testspiele, es war ja dieses Turnier da, geben würde. Und dann, ja, es war auch, als er es mir dann persönlich nochmal gesagt hat, irgendwie völlig surreal. Und dann aufs Handy geguckt und so tausend Nachrichten gefühlt. Die Einladung offiziell gesehen und dann auch immer noch nicht so richtig realisieren können. Irgendwie noch bei den jungen Spielern aufgelistet, wo dann auch noch drei von der U21 dabei waren. Und dann dachte ich auch irgendwie, so bin ich vielleicht nur Trainingsgast oder so. Aber er hatte das dann nochmal klargestellt, hat gesagt, du bist kein Trainingsgast, du bist ein ganz normal geladener Spieler zu diesem Lehrgang. Unabhängig von der U21, du kommst hierhin, machst dein Ding. Und dann sehen wir, wie sich das entwickelt. Und er freut sich drauf. Und ich war völlig verreckt. Da ist ja einer abgegangen. Ja, völlig verreckt. Alter, das muss unfassbar gewesen sein. Wirklich so geil. Ich habe mich auch richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Und es war ja auch verdient. Und dann bist du zu dem Lehrgang. Und wie läuft so ein Lehrgang, also du kommst da hin und da sind halt dann die anderen. Und wie ist das? Geht man da morgens vorm Frühstück, wird da gelaufen? Oder wie läuft so ein Lehrgang ab? Also ich habe ja quasi den direkten Vergleich. Ich war ja bei U21 und U19 auch dabei. Also in den Jugendlichen quasi der Nationalmannschaft. Und an sich ist es vom Prinzip her das Gleiche. Also du hast sieben Tage Lehrgangswoche jetzt dort noch mit zwei Spielen verbunden. Aber du trainierst eigentlich jeden Tag. Und ich hatte halt das Glück, sage ich jetzt mal, dass ich meinen ehemaligen Zimmerkollegen von den Löwen, Juri Knorr, dabei hatte. Mit dem ich dann dort vor Ort auch auf dem Zimmer, weil da natürlich schon fast ein alter Hase ist, der mich dann da so ein bisschen an die Hand genommen hat. Weil ich natürlich auch, trotz meiner aufgeschlossenen Art und so, war ich dann da halt erstmal ganz klein mit Hut. Und habe halt mich nichts getraut oder mich einfach ein bisschen zurückgenommen. Und da hat er mich so ein bisschen an die Hand genommen, wenn es dann zum Essen ging. Und dann steht da auf einmal ein Koch noch dabei, der irgendwie dir alles Mögliche an ein Buffet da hinstellt. Und du stehst dann da und willst dich nicht als Erster anstellen und so. Aber ja, es ist schon krass. Dann laufen da auch mega viele Offizielle rum, wo halt so bei so einem Jugendlehrgang nie war. Wo du dann in der Kantine irgendwie auf einem Bundeswehrstützpunkt in Warendorf bist. Und da bist du halt in irgendeinem geilen Hotel mitten in Berlin. Und dir wird Frühstück, Mittag und Abendessen gekocht von einem richtig, richtig guten Koch. Und das sind halt schon so zwei ganz andere Welten, was das angeht. Aber sonst an sich würde ich sagen, also du hast relativ viel Video haben wir gemacht mit Alfred. Und dann in den Trainingseinheiten meistens auch so eher die Spielzüge durchgegangen. Die Abläufe, auch die neuen Spieler, die dann halt dabei waren, so ein bisschen das Gefühl dafür kriegen. So, was machen wir hier eigentlich? Zweimal am Tag trainiert? Nee. Einmal nur? Einmal. Also es war wirklich, was das Pensum angeht, war es relativ entspannt. Man muss aber auch dazu sagen, es war mitten in der Runde. Also da kannst du, glaube ich, auch schwer verantworten, dann irgendwie zweimal am Tag plus Athletik. Manche spielen international und dann ist natürlich das Pensum natürlich auch überhoch. Und dann haben wir da halt einfach ziemlich professionell trainiert und alles einfach sehr, sehr strukturierter Ablauf, würde ich sagen. Riesentasche mit Klamotten bekommen, wo ich auch erst mal gucken musste, aber ja, war schon was richtig Geiles. Ich hoffe, du hast noch so ein Deutschland-Shirt für mich, aber... Ich muss gleich mal gucken, wenn ich nicht schon was verschenkt habe bei einem anderen von mir. Wir können ihn tauschen, ich habe zu Hause auch noch ein Türkei-Shirt. Ja, ich gebe dir ein Shirt von der Türkei. Hat mir auch schon mein Teamkollege angeboten, Doruk Pelivan, ist ja auch Türke. Ja, ja, stimmt. Und der wollte auch schon traden, aber ich musste ihm leider sagen, dass ich schon alles abgegeben habe. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich... Außer ein Trainingsshirt, das kann ich nicht. Dann streng dich ja, ja, ein Trainingsshirt. Und ich will ja kein Trikot, ich brauche ja kein Trikot von dir. Das kaufe ich mir irgendwann dir. Ey, überkrass, wirklich total verrückt. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht kommt es ja wirklich mal zustande, dass ich noch für die Türkei spiele. Vielleicht gibt es ja mal ein Testspiel Deutschland gegen Türkei. Wenn ich vorgewählt werde, ist das so verrückt. Das wäre wirklich verrückt. Ja, okay, dann... Aber wir sprechen jetzt über Nationalmannschaft, aber wir müssen jetzt auch mal ganz zurückgehen an deine Anfänge. So wie ich dich... Du hast ja schon erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe da noch so ein Bild in Erinnerung. Du bist 14, 15 Jahre... Nee, ich glaube, oder noch jünger wahrscheinlich, 12, 13. Mit deinen dicken Backen dieses eine Foto. Weißt du, ich meine, in Geldhausen, in der Halle. Wirklich. Du warst ja wirklich so ein kleines Moppelchen. Du bist dann anschließend dann, wie gesagt, so ein Löwen in die Jugend. Ab wann hast du eigentlich gecheckt, so, okay, jetzt könnte hier auch mal nach ganz oben was gehen, weißt du? Ich habe da nämlich in Erinnerung, du bist irgendwie 17 Jahre alt geworden und hast die letzten Spiele in der dritten Liga noch mitgemacht. Irgendwie die letzten zehn Minuten in Balingen, sechs Tore und dann in Fulingen 14, Oppenweiler 14, Dama 11, alles aus dem Feld. Da musst du dann irgendwie gecheckt haben, okay, warte mal, ich bin eigentlich noch Jugendspieler, aber ich bin viel besser als alle anderen. War das so der Moment, wo du dann gecheckt hast, okay, da könnte was gehen? Ich muss sagen, so dieses erste Mal, dieser Moment, dass ich das Gefühl hatte, okay, da ist echt viel drin, war schon früher da. Also es hat angefangen echt mit so Hessenauswahl und auch schon damals in der Jugend bei Hanau habe ich schon immer gemerkt, okay, es fällt sehr leicht alles, also es geht mir leicht von der Hand. Und auch schon damals immer gesagt bekommen, irgendwie, ja, wenn du das weitermachst und so, kannst du ein ganz großer werden. Natürlich kannst du da damals noch dir nicht so viel draus ausmalen, aber dieses Gefühl schon das erste Mal so mitzukriegen von, okay, da ist wirklich Riesenpotenzial. Das habe ich damals schon gespürt oder auch mit Hessenauswahl auf Turniere gefahren und auch dort gemerkt, dass das alles relativ einfach geht, sage ich jetzt mal, dass viel funktioniert. Da kamen so die ersten Gefühle auf und dann mit dem Wechsel aufs Internat und diese ganze Umstellung hast du dann gemerkt, okay, du bist jetzt gerade wirklich hier, weil es darauf hinauslaufen soll. Ich habe natürlich an Ecken und Kanten noch so den einen oder anderen Ausreißer gehabt, aber ich meine, du gehst da mit 15, 16 aus dem Internat, bist gerade eigentlich in der Phase, wo alle so mehr oder weniger in deinem Freundeskreis und in deinem engeren Umkreis irgendwie am Party machen sind. Sich ausprobieren und gucken, wo es hingeht, alle so mittendrin stehen und du bist halt wirklich dort und musst oder willst dich ja auch voll drauf fokussieren, das Ziel zu erreichen, Handballprofi zu werden, dort davon leben zu können. Und das ist schon eine krasse Phase in meinem Leben gewesen, aber dadurch wurde einem irgendwie immer mehr klar, wofür man es macht und warum und was für ein Potenzial da auch dahinter steckt. Und dann natürlich mit so Spielen, wie du schon sagst, gegen Oppenweiler oder so in der dritten Liga, wo du dann aus der Jugend eigentlich nur aushilfst. Dich kannte keiner und du schrubbst 14 Feldtore da und wir, ich weiß noch, Alter, wir standen da so und haben uns halt gedacht, ach du Scheiße, was müssen die denken, wir waren ja eh eine gute Mannschaft, weißt du, wir waren ja eh Zweiter oder Dritter oder so in dem Jahr und waren ja relativ jung. Und auf einmal spawnt er so ein A-Jugendlicher, so das erste Mal mit dabei, noch total, weißt du, wie so ein Welpe, noch total tapsig, weiß noch nicht, wohin mit seinem großen Körper, 14 Dinger, also das war schon absolut, ich weiß noch, in Pulling war das, glaube ich, habe ich so ein Tor gemacht und laufe an der Bank von Pulling vorbei und höre nur wieder eine, so ein eingesessener Spieler von denen. Hat irgendwie die Abwehr zusammengefaltet, weil er irgendwie so, hat sie gesagt, der ist nicht mal 18, der hat noch keinen Führerschein, was macht ihr da, wieso lasst ihr den so einfach durchlaufen, so nach Motto. Und auch, das war auch so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, ich bin wirklich jung, auch so im Verhältnis zu den anderen und das ist, ja, das war krass. Ja, also das war, ich meine, wir waren alle jung. Die Truppe war schon richtig geil. Mit der Mannschaft. Wir waren da so eine junge Truppe mit vielen, also die auch einfach aus der Jugend gerade hochgekommen sind oder wenn überhaupt seit ein, zwei Jahren im aktiven Bereich sind und wir waren wirklich eine junge, aber dafür auch sehr, sehr gute Truppe. Ja, wir sind Vizemeister geworden, glaube ich und die meisten. Und Meister war, glaube ich, Konstanz. Ja, genau. Und die haben halt mit Abstand wirklich die Meisterschaft geholt, aber dann waren wir halt einfach Zweiter, ne? Ja, das war echt, das war echt krass. Apropos Konstanz, ich erinnere mich da, da war dein erstes Freundschaftsspiel bei den Profis gegen Großwallstadt, weißt du? Ja. Da hast du so acht, neun Tore oder so gemacht, ne? Also es lief auch direkt richtig krass für dich bei den Profis und ein Spiel später haben wir in Konstanz gespielt und ich erinnere mich, der Michel hat dich einfach auf der Bank gelassen mit dem Argument, ich muss den zurück auf den Boden holen, ne? Also für die Leute, die es nicht wissen, Michel war unser Trainer, Michel Abt und der lässt unseren besten Spieler sozusagen, der gerade richtig auf einer Erfolgswelle schwebt, richtig gut in Form, schrubbt alles zusammen, ne, ich lasse den jetzt auf der Bank, ich muss den zurück auf den Boden holen, ne? Bevor der abhebt und so. Und ich hab mir nur so, aber das beschreibt Michel richtig gut, weißt du, ich mein so richtig einfach, oh, das, da hab ich mich auch nur gefragt, Alter, wie kannst du sowas machen, wir sind doch nicht in der C-Jugend. Vor allem, also, okay, jetzt im Nachhinein leichter zu sagen, aber ich bin auch eigentlich jetzt nicht der Typ, der dann sowas durch die Decke geht. Nein, du bist ja auch nicht abgehoben oder so, ne? Du warst einfach so wie immer eigentlich, ne? Aber einfach, ach, geil. Er wollte, er musste da einmal kurz ein Exempel starten, einfach auch kurz. Einfach mal so einen kleinen Stich, ja. Also wirklich, es war so eine unfassbar geile Zeit auch, ne? Eben gerade, wo ich hier wieder durch den Ort Kronau und so gefahren bin, ne? Einfach überragend, einfach alte Zeiten wieder hochgekommen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber kann man ja vielleicht einmal dazu sagen, du bist ja hier zu mir nach Bad Schönborn gekommen. Wir sind ja, ich bin gerade umgezogen wieder hier, weil ich einfach einen kurzen Weg in die Halle haben wollte und so. Und ich eigentlich schon wieder auf dem Sprung war in den nächsten Urlaub und da hatten wir aber gesagt, wir müssen unbedingt diese Folge noch aufnehmen. Und super geil, wirklich vielen Dank, dass das geklappt hat, ne? Also es ist wirklich... Ich danke dir, dass du hergekommen bist, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ach, den Weg, den kann ich ja mal auf mich nehmen, das ist ja wirklich kein Problem. Und wie gesagt, jetzt hier schön nah an der Halle eine geile Wohnung und mega, mega cool. Ja, Alter. Jetzt haben wir aber auch schon 31 Minuten rum und wenn wir jetzt die Top 7 noch machen und dann haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Folge beisammen. Und deine Top 7, die wird es in sich haben, glaube ich. Und du weißt ja, wie es abläuft, oder? Also ich sage dir die Position und du erzählst dann zu jedem einzelnen, ein bisschen was, hoffentlich ein paar lustige Anekdoten. Und genau, also wir fangen mal im Tor an. Wen hast du denn im Tor? Im Tor habe ich David Späth, über den wir ja gerade schon sehr, sehr viel geredet haben, allein der Tatsache geschuldet, dass ich halt wirklich mit ihm drei Jahre zusammen auf dem Internat war, dass wir jeden Nachmittag zusammen zwischen Training und Nachhilfe zusammen saßen und irgendwie FIFA gezockt haben und völlig eskaliert sind. Ich erinnere mich, ja. Ja, also ich habe einfach eine mega Verbindung zu dem Jungen mittlerweile aufgebaut und auch wenn wir jetzt in der Zeit im Minden haben wir ständig Kontakt gehabt, irgendwie telefoniert, geschrieben hin und her. Und allein schon durch seine Leistung, die er jetzt über die letzten Jahre gebracht hat, also ich kann mich noch erinnern, der ist damals aufs Internat gekommen, mit 1,80 Meter und ein bisschen zu viel Kilo auch, mit ganz dicken Backen so, ein bisschen pummelig und voll piepsige Stimme noch, also ein ganz anderer Mensch und dann innerhalb von so zwei, drei Monaten oder bis, ja okay, vielleicht in einem halben Jahr hat der auf einmal einen Schuss gemacht und der war damals schon richtig, richtig gut, auch im Tor. Das habe ich auch schon immer gesagt, der ist so gut schon damals gewesen, aber mit diesem Schuss nochmal hat der dann auf einmal die Hütte zugenagelt, wie er mit so einem halben Schritt dann lang hoch dir den Ball aus der Ecke kratzt. Das ist wirklich verrückt, was der an Können hat, aber es ist auch ein mega, mega fleißiger und bewusster Spieler, also er weiß ganz genau, wofür er das macht und dementsprechend hat er sich meinen Platz in der Top 7 verdient. Ja, ich erinnere mich noch, wo wir im Internat waren, da hat er mal kurz seine Cousine auf FaceTime angerufen, kannst du dich da dran erinnern? An der Stelle muss man mal kurz erwähnen, das ist nicht einfach irgendeine Cousine, das ist die Stefanie Giesinger und da erinnere ich mich, ich bin irgendwie ins Internat reingelaufen, und dann kam so irgendwer, ey, David hat gerade die Steffi angeguckt und ich höre nicht so, was? Kurz aufs Handy geguckt und er weggerannt, weil ich so aufgeregt war. Alter, ja. Ich weiß doch, sie war sogar mal auf einem Spiel von uns in Berlin, ich glaube das war B-Jugend oder A-Jugend Deutsche Meisterschaft, glaube ich, dann war sie da und da war dann natürlich auch ganz großes Kino drumherum, wobei sie ja ein total bodenständiger Mensch auch ist, irgendwie immer mit denen zusammen Weihnachten feiert oder so. Und wo David dieses krasse Spiel hatte im Pokal, das ist das Pokalfinale, und dann haben die Leute erstmal gecheckt, ey, warte mal, das ist der Cousin von Stefanie Giesinger. Das ist schon krass, das ist schon krass. Entschuldigung, und dann schreibt da Sport1 auch irgendwie dann auf einmal, Giesinger Cousin trumpft auf und so, und ich denke mir so, Alter, der Junge heißt David Spät. Gib dem Jungen mal seinen eigenen Namen jetzt. Gib dem seinen Hack jetzt. So, weißt du, also wirklich, ey, unfassbar. Ja, aber David, als ich den das letzte Mal gesehen habe, da hat er mich gefühlt noch nach Tipps gefragt, weißt du, wie ich meine? Weil ich war ja dann schon in der dritten Liga, er hat noch B-Jugend, A-Jugend gespielt, und jetzt macht er da so seinen eigenen Weg einfach überragend. Also es ist, wie gesagt, mega einfach. Gut, wen hast du auf Linksaußen? Linksaußen habe ich eine Legende, an der ich, glaube ich, nicht vorbeigekommen wäre, mit dem ich jetzt auch irgendwie in den letzten drei Jahren eine gewisse Verbindung aufgebaut habe, und das ist Uwe Gensheimer, wenn nicht der beste Linksaußen, den es jemals gab, und wie gesagt, einfach über die letzten drei Jahre ab und zu mal zusammen in der Sauna gehockt, oder bei ihm am Pool, also jetzt haben wir schon ein ganz gutes Verhältnis zueinander aufgebaut, und ja, also von seiner Leistung geschweige, also muss man ja gar nichts zu sagen, so von dem her, Uwe Gensheimer, Linksaußen. Uwe Gensheimer, also gut, du hast jetzt natürlich ein paar andere Namen, kannst du hier aufführen in dieser Top 7, und ich glaube, das ist auch bisher der größte Name, der hier genannt worden ist, und viel größer geht es auch gar nicht, sind wir mal ehrlich. Also ja, absolute Legende, kann ich nur so bestätigen. Ich weiß noch, ich bin einmal, ich konnte damals zu Fuß aus der WG in die Halle laufen, und dann kam er einfach, ich weiß gar nicht, was er damals für ein Auto gefahren ist, in so einer fetten Karre angefahren, und ich mich auf dem Ball so, Jan, soll ich dich mitnehmen? Ich so, okay. Die zwei Minuten in die Halle hat er mich dann mitgenommen, was weiß ich, was es war, irgendein BMW, ein Achter, glaube ich, irgendwie sowas. Alter. Ein Siebener hatte er da auch. Siebener, oh, ja. Ja, war schön. Gut, wen hast du auf Rückraum links? Da er jetzt auch mittlerweile ein bisschen Einsatzzeiten, oder schon immer ja eigentlich auch ein bisschen Einsatzzeiten auf Halblinks kriegt, und auch mein bester Freund eigentlich ist, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit auch in Hanau verbracht habe, ist die Wahl eigentlich ganz klar gewesen für mich, auf Halblinks Tarek Marschall zu nehmen. Er ist ja eigentlich eher Mittelmann, würde ich fast sagen, aber da gab es noch ein, zwei andere Kandidaten, die ich da ganz gerne nennen wollte, und deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal auf Halblinks gepackt, weil er ja auch ein guter Shooter ist, was er ja schon öfter unter Beweis gestellt hat. Deswegen Tarek Marschall, wie gesagt, einer meiner besten Freunde, auf Rückraum links. Ja, Tarek, du sagst es, du hast gerade gesagt, er bekommt ja jetzt auch ein bisschen mehr Einsatzzeit. Ich habe mal geguckt, der ist einfach drittbester Torschütze von Nordhahn. Ja, das ist verrückt. Aber im Verhältnis zur Spielzeit ist es ganz krass, weil er eigentlich gar nicht so viel gespielt hat, aber trotzdem irgendwie über 100 Tore geworfen hat oder so. Also es ist schon krass. Er kratzt, glaube ich, knapp an der 100-Tore-Marke oder 80, 90 Tore. Aber wie gesagt, mit der Spielzeit, aber es zeigt halt, was er für ein Spieler ist, der ist halt so torgeil, weißt du. Und er kennt halt auch einfach nichts, der geht einfach drauf, nimmt sich die Aktion. Den juckt es nicht. Und da ist er echt sehr, sehr abgebrüht. Ach, ich weiß noch, damals, als er in Hanau einfach Torschützenkönig geworden ist oder mit Erlang, auch ganz witzig, als er in Erlang war mit der zweiten Mannschaft und dann haben wir mit der zweiten Mannschaft von Löwen gegen Erlang gespielt und da hat er auch auf einmal das komplett zerschossen. Und auch mit so einer Leichtigkeit, der hat halt so einen Flack im Arm. Das ist ja schon immer krass. Das ist einfach nicht viel nachdenken. Und das hilft für so einen Spieler, wie er es ist. Das hilft einfach enorm. Das stimmt. War ja auch schon hier im Podcast. Der hat auch die eine oder andere lustige Geschichte hier gelassen. Also wirklich auch ein super Freund von mir. Mittlerweile geworden. Einfach ein Megakerl. Liebe Grüße, Tarek. Du hörst dir das mit Sicherheit an. Sonst bin ich beleidigt. Sonst bin ich wirklich beleidigt. Der Philipp glaube ich auch. Auf jeden Fall. Gut. Wen hast du auf Rückraummitte? Auf Rückraummitte musste ich ein bisschen überlegen. Da gab es zwei Kandidaten für mich, wo ich so gesagt habe, okay, die können in Frage kommen. So einmal Andi Schmid und einmal Juri Knorr. Für was eine Auswahl. Und dann war ich so, okay, also ich bin, wie gesagt, mit Juri auf dem Zimmer gewesen, jetzt bevor ich gewechselt bin und auch bei der Nationalmannschaft. Also wir verstehen uns wirklich sehr gut. Ist auch ein guter Freund mittlerweile von mir geworden. Aber Andi hat mir irgendwie nochmal so andere Dinge mit an die Hand gegeben. Hat mich so ein bisschen einfach unter seine Fittiche genommen und hat mich so versucht, ein bisschen in diesen Profidasein so ranzuführen. Und mit dem habe ich mich auch sehr, sehr, sehr gut verstanden. Und gerade so in dem letzten Jahr, bevor er gegangen ist, hatte ich eine ganz gute Verbindung zu ihm. Hat auch schon das ein oder andere Mal versucht, mich in die Schweiz zu rekrutieren. Echt? Ja, aber, ja, ich weiß nicht. War für mich keine Option. Ich wollte gerne in Deutschland bleiben. Zu ihm in den Verein, wo er jetzt spielt. Hey, krass, Alter. Verrückt. Alter, krass, ey. Okay. Und deswegen, ja, Andi Schmid auch. Ich glaube, da gibt es jetzt so leistungstechnisch wenig zu sagen, weil er einfach der Goat ist, gefühlt. Ja, von der Handball-Bundesliga, also die MVP. Ja, von der MVP in Folge und mit den deutschen Meisterschaften, die er ja schon fast allein gecarried hat, sozusagen. Es ist ja schon verrückt, was er da geleistet hat. Und umso krasser finde ich es auch einfach, wie cool er als Mensch ist und wie locker er drauf ist und fast als Ältester aus der Mannschaft den Jüngsten so an die Hand zu nehmen und auch immer ganz easy mit mir gesprochen hat und so. Also wirklich immer sehr, sehr lässiges Verhältnis mit ihm gehabt. Und deswegen habe ich ihn da jetzt mal mit in die Top 7 genommen auf der Mitte. Ja, kann ich einfach, muss ich so hinnehmen, sage ich. Megageil, dass du einfach auch, oder ich persönlich hatte ja auch die Chance, mit ihm zusammenzuspielen. Mein Verhältnis zu ihm war natürlich nicht ganz so eng wie deins, aber einfach, einfach mega, sowas hier zu hören. Okay, wen hast du auf Rückraum rechts? Auf Rückraum rechts war auch wieder so ein kleiner Zwiespalt, weil ich da auch zwei Namen habe, die mir direkt in den Kopf gekommen sind. Zu allem Luca Braun und Jesse Medep. Luca Braun, sehr gut verstanden, sowohl auf dem Feld als auch im Nebenfeld. Aber zu Jessin habe ich einfach irgendwie nochmal so eine andere Verbindung. Also wir waren auch zusammen auf einem Zimmer zu unseren Internatszeiten, um einfach nochmal zu erklären, wer Jessin ist. Also er war auch zur selben Zeit wie ich auf dem Internat. Und wir haben zusammen in der Jugend und auch dritte Liga zusammengespielt und waren auch tatsächlich zusammen in einer Klasse. Also wir waren 24 Stunden aufeinander gehangen. Und das hat uns einfach so zusammengeschweißt. Wir sind bis heute noch gute Freunde. Er hat mir letzte Woche auch hier ordentlich geholfen beim Umzug, wo auch wenn es eine ganz spontane Situation war. Aber da ist für mich auf jeden Fall keine Frage. Jessin Medep, der eine unglaubliche Athletik hatte oder hat auch immer noch und fast schon so einer ist, wo ich sagen würde, dass das Talent so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, halt einfach nicht verloren gegangen ist, aber untergegangen ist, dadurch, dass er sich so ein bisschen hat ablenken lassen oder so. Ja, also er ist selbst, er gibt als Handballer, also das ist unfassbar. Also er ist ein Spieler, der polarisiert natürlich, also als Mensch sowie als Handballer. Und er hat auch schon, also der hat schon Zweitliga gespielt, Zweitliga ist es trotzdem, das heißt ja nicht, dass er irgendwie sein Talent verschwendet hat. Den ganz großen Sprung, da gehört natürlich auch immer ein bisschen Connections, Glück, das gehört natürlich auch immer mit dazu, weißt du. Und dieses, es ist ja ganz oft so, dass Genie und Wahnsinn sehr nah aneinander liegen, weißt du. Und Jessin ist ein, Alter, du hast es angesprochen, die Athletik, das ist Gott gegeben. Ja. Also wir haben in der Vorbereitung, mittlerweile spielt er bei Leutershausen, wir haben letztes Jahr in der Vorbereitung gegen die gespielt, da hat er sich einen, da spielen die von halb links auf halb rechts einen Camper zu ihm rüber. Und ich bin schon Richtung Seiten ausgelaufen, weil ich gedacht habe, okay, ich kann jetzt gleich einen Einwurf spielen, weil so hoch war der Camperpass. Und auf einmal pflückt er die Kirsche da aus der dritten Etage, weil er so hoch springt. Also es ist, das ist schon krank. Also wirklich selten auch jemand gesehen, der einfach von Grund aus so eine Athletik hat, so eine Urgewalt in den Beinen. Weil im Kraftraum hat er sich das nicht erarbeitet, das wissen wir, das weiß er selbst auch. Aber es ist wirklich diese Explosivität, Schnelligkeit. Und auch diese Kraft. Kraft, ja. Eine unglaubliche Kraft. Wenn ich überlege, was der beim Fußball für Dinge abgerohrt hat. Auch immer ohne Gnade, auch schon vor dem Warmmachen so draufgerohrt, die Dinge aufs leere Tor und hat gescheppert. Jeder andere Spieler hätte sich da jegliche Muskeln im Bein abgerissen. Ich glaube, er war aber auch so ein Kandidat, wo es auch schon passiert ist, er aber einfach weitergemacht hat. Also ich kenne auch eine Story von ihm, wie er einfach mit der gebrochenen Hand weiter noch spielt, auch in der dritten Liga, sich irgendwie die Hand vorher gebrochen hat und dann einfach montags die ganze Woche trainiert, Klimmzüge damit macht und dann samstags mit irgendwie über tausender Ibu, Hand komplett zugetapet, steht er da auf dem Spielfeld, kann den Ball kaum greifen, aber trotzdem steht er halt auf dem Spielfeld mit einer gebrochenen, da musst du ja auch erst mal machen, diese Überwindung sich da hinzustellen und zu sagen, ich spiele trotzdem weiter Hand, weil das beschreibt, glaube ich, so ein bisschen diesen Wahnsinn, den er einfach von Natur aus in sich trägt. Absolut, also es ist wirklich ein, also wenn der bei dir spielt, du weißt einfach, also dem siehst du natürlich auch an, wenn es knallt gleich, ne? Ja, also wie so eine tickende Zeitbombe und dann muss einfach nur der richtige Auslöser kommen und dann BAM! Ich glaube, es gibt sogar noch so ein Video, wo wir, glaube ich, einen Fuling und dann gibt da, glaube ich, mal so einen Leberhaken, gibt so einen kleinen Leberhaken vom Yessin, wo er mit Rot dann vom Platz geflogen ist, ja? Also wenn jemand diesen Podcast anhört, der dieses Video noch besitzt, bitte schickt es mir einmal, weil ich würde es einfach liebend gerne nochmal sehen. Ja, genau, ja, also aber man muss sagen, handballerisch hat er auf jeden Fall das Zeug, auch immer noch, auch erst Liga zu spielen, ne? Wie du auch schon sagst, es ist auch immer so eine Geschichte von Glück, also Glück und Connection, das muss auch alles immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und er war halt, glaube ich, einfach in Ludwigshafen dann in einer ein bisschen ungünstigen Situation, wo er nicht so zum Schein gekommen ist und deswegen, glaube ich, einfach, also er hat das Potenzial und er könnte, ihm fehlt halt einfach nur noch das gewisse Sprungbrett oder... Genau, das beschreibt es ganz gut, das Sprungbrett, aber das ist ganz häufig so, Alter. Es gibt immer wieder Spieler, die in der dritten und zweiten Liga einfach nur darauf warten, sozusagen gesehen zu werden, ne? Aber manchmal, manchmal kommt es, aber manchmal auch nicht. Es ist, es ist nicht immer ganz einfach, ne? Man kann ja sich da nicht irgendwie selbst irgendwie den Weg dann erzwingen und so, also es ist, genau, es hängt auch viel mit Glück zusammen, ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, wen hast du denn auf Rechtsaußen? Auf Rechtsaußen habe ich Kaspar Feigl. Oh ja, okay. Der hat mich eigentlich auch von der ersten Minute an, wo ich hierher gekommen bin, sogar noch bevor ich hierher gekommen bin, also wir kannten uns, von einem Turnier mit der Hessen-Auswahl und er damals mit Baden, mit der Baden-Auswahl und da haben wir das erste Mal gegeneinander gespielt und danach ist irgendwie so ein Kontakt entstanden und der hat dann auch als erstes nur so mitbekommen, dass ich quasi zu den Löwen wechsle und seitdem haben wir echt regelmäßig und sehr guten Kontakt. Er hat noch ein Jahr bei den Profis mitgemacht, sonst haben wir die gesamte Jugend und die dritte Liga zusammen durchlaufen und dann hat er noch ein Jahr bei den Profis mitgemacht und hat sich dann jetzt dazu entschieden, seine Handball-Karriere mehr oder weniger an den Nagel zu hängen. Ach, kein Spiel, gar nicht mehr. Also er hat jetzt, glaube ich, die letzte Saison gespielt. Ich weiß nicht, ob er nochmal nächste Saison angreift, weil er sich ja voll auf seine Marke konzentriert hat, eine Klamottenmarke rausgebracht, mit echt geilen Teilen, also Pullis, T-Shirts, alles Mögliche. Und da hat er gerade so seinen Fokus drauf gelegt und ich bin ein Treuerkunde, muss ich sagen. Nice. Alter, richtig geil. Shoutout an Visio. Richtig, aber richtig geil. Ja, aber macht er so, ist es gerade nur Klamottenmarke und sonst Studium oder so? Er macht es mit seinem besten Kumpel zusammen und die haben jetzt schon die zweite Marke auf dem Markt. Krass. Und bei der einen Marke gibt es so ein paar ausgefallene Pieces, also so mit Motiven und Mustern und allem drum und dran, so sage ich jetzt mal. Und die andere Marke ist eigentlich mehr für so Basics, also zeitlose Basics, die du wirklich auf alles so tragen kannst und die halt auch wirklich einfach nie, nie so an Stil verlieren, sage ich jetzt mal. Also ganz schlichte T-Shirts, ganz schlichte Hoodies. Ja. Damit haben die gerade quasi ihre zweite Marke rausgebracht und wie gesagt, also einfach auch zu einem sehr, sehr guten Freund von mir geworden, über die Handballzeit dort kennengelernt. Und ja, Grüße nochmal an dich, Kasper, falls du rein hast. Mega, ja, Grüße. Kenne ich ja auch, habe ich auch mit ihm zusammengespielt, mit Kasper, ne? Menschlich, einfach geil, natürlich. Also sehr, sehr, sehr. Schilliger Typ einfach. Guter Typ, aber auch so zerstreut und so einfach, also man konnte ihn auch irgendwie nur lieben. Ja, irgendwie schon, das stimmt. Ja, aber viele, viele, die so, das ist ja irgendwie alles so ein Abklatsch dann gewesen, weil man wächst ja auch irgendwie zusammen, man wird ja erwachsen zusammen, weißt du? Man hängt ja nur aufeinander rum und viele entwickeln dann auch so teilweise diese gleiche Verpeiltheit, diese gleichen Charakterzüge, weißt du? Was in dieser Mannschaft? Deswegen war das so krass. Irgendwie war es eine krasse Zeit irgendwie. Ja, ich hatte ja letzte Woche auch mit dem Luca schon im Podcast, das ist nochmal was ganz anderes, wenn du halt mit deiner Mannschaft zusammenwohnst, weißt du? Oder mit den meisten zusammenwohnst. Ja, safe. Es gibt so eine kranke Bindung dann und also das Mannschaftsgefüge. Ich glaube, das geht auch niemals verloren. Also ich weiß, ich hatte es auch letztens irgendwie drüber, dass ich eigentlich Jessin seit zwei Jahren kaum gesehen habe. Also wir waren vor zwei Jahren nochmal zusammen im Urlaub, aber danach hatte ich ihn kaum gesehen und dann hatte ich ihn einmal angerufen, weil ich irgendwie Hilfe jetzt beim Umzug gebraucht habe und er stand sofort auf der Platte so, ohne drüber nachzudenken, hat er gesagt so, ey, auf jeden Fall, ich bin da, sag mir wann und wo so. Und ich glaube, das ist halt auch einfach so eine Sache, diese Bindung und dieses Freundschaft, Brüderliche, das entsteht in dieser Zeit. Und das ist schon krass. Ja, ja, absolut. Ja, auch, guck mal, wir haben uns ja auch ewig nicht mehr gesehen. Wir sehen uns und ich habe das Gefühl, so ist alles so wie früher, Digga. Man kann direkt wieder easy miteinander reden und so. Es ist ohne Scheiß, als wäre man nie irgendwie auseinander gewesen. Es ist schon verrückt, schon sehr schön, was dann der Handball, ne, also das ist immer so, ja, wenn ich den Leuten erzähle, ja, beruflich Handball und so und dann gucken die mich auch immer fragend an, warum Handball, warum nicht Fußball oder sonst irgendwas. Ja, das ist so die Standardfrage. Und dann, ich denke mir so, ey, Handball, es geht mir nicht ums Geld, da geht es doch nicht ums Geld. Genau sowas macht das aus, weißt du? Das ist halt so ein Ding, also ich sage immer so, ich habe ja Handball angefangen damals, als ich einfach Spaß dran hatte, irgendwie in der Mannschaft mit meinen Freunden oder mit den Leuten aus der Mannschaft mich auszupowern und irgendwie das ganze Spiel so an sich hat mir ja damals schon so viel Spaß gemacht, dass es für mich überhaupt keine Frage jetzt gerade ist, wieso hast du nicht damals Basketball oder Fußball gemacht? So, weil ich bin da in den Sport gekommen, es hat mir Bock gemacht, es macht mir immer noch mega Bock. Und deswegen kann ich das jetzt gerade auch so ausüben, wie ich es tue, weil ich nicht jetzt irgendwie darauf ausfahre, weil du mit Kohle zu verdienen oder sonst was, weil es mein Beruf ist, sondern ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich es lieber in der Gemeinschaft Handball zu spielen habe. Genau, genau, ja. Ja, es ist einfach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, ne? Also es ist diese, du bist so erfolgreich, weil du eben mit Spaß bei der Sache bist, weißt du? Genau, das ist es. Da gab es auch echt einen schönen Zeitungsartikel jetzt letztens in Minden, dass ich so wieder meinen Strahlen so zurückgefunden habe. Und das ist so ein bisschen abhandengekommen, einfach in der Zeit jetzt so, dadurch, dass ich mich da in so ein kleines Loch begeben habe. Und ja, wie geht es weiter? Ich spiele nicht und hier und da. Und dann fängst du natürlich an, dir den Kopf zu zerbrechen. Und du spielst dann eben auch so gut, weil du wieder Spaß hast. Genau, und dann kommt der Spaß halt einfach wieder, weil du weißt, okay, jetzt kann ich einfach das machen, was mir schon immer Bock macht. Und dann kommt das eine mit dem anderen. Genau, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, ne? Immer wieder diese Frage, warum gibst du dir diesen Aufwand, auch teilweise in der Jugend, wenn du noch gar nichts verdienst dafür, warum gibst du dir diesen Aufwand? Ey, das hat auch einfach Vorteile einfach, ne? Diese Mannschaft, diese Bindung, wenn du einfach acht, neun Mal die Woche trainierst, dann hast du ganz andere Verbindungen zu den Typen, ne? Und du wirst auch besser einfach und feierst Erfolge und das bringt, also für mich persönlich, das hat sich einfach gelohnt. Und auch wenn ich kein Millionär bin und werde davon, ne? Also es ist einfach, genau deswegen habe ich das gemacht, ja. Also es ist wirklich, ist einfach so. Dieses Mannschaftsgefüge ist schon was ganz Besonderes. Das kriegst du, glaube ich, in wenigen Sparten oder in wenigen, ich meine, am Ende des Tages ist es für uns gerade ein Beruf und ich glaube, es kriegst du in wenigen Berufen auch so dieses Gefühl, was du einfach in der Mannschaft hast, dieser Zusammenhalt, das ist echt was Besonderes. Ja, das stimmt, ja. Wen hast du am Kreis? Am Kreis hätte ich auch jemanden nennenswerten gehabt, aber ich habe mich tatsächlich für meinen Bruder entschieden. Oh yes, geil. Für Gerniger One Zoo, mit dem ich ja das Glück hatte, noch so ein halbes Jahr in Hanau in der A-Jugend mit zusammenzuspielen. Ich war in meinem ersten Jahr B-Jugend und durfte schon ein bisschen an die A-Jugend ranschnuppern und da hat mein Bruder damals noch mitgespielt. Und ja, deswegen in Ehren meinen Bruder genannt, genau. Einfach ein so geiler Typ. Also wirklich, den habe ich auch einfach so gerne, dein Bro. Letztes Jahr in der Vorbereitung gegen Bürgel gespielt. Er spielt ja mittlerweile bei Offenbach-Bürgel. Stimmt, genau. Und da auch, eigentlich fast das Gleiche, ich ihn seit Jahren mal wieder gesehen und dann auch direkt umarmen und so, ey, was geht und was machen wir heute Abend? Komm, ich wohne jetzt hier in Frankfurt oder sonst irgendwo. Ja, komm, lass Sex und so Leute wie früher einfach. Das ist wirklich unfassbar geil. Aber du hast gerade diese alte A-Jugend-Zeit, wo du ranschnuppern durftest in Hanau, ne, erwähnt. Junge, kannst du dich an dieses eine Spiel gegen Wetzlar erinnern, wo du, du warst irgendwie vier Jahre jüngst, ne? Ja, das war mein erstes Jahr B-Jugend. Genau, und du hast an A-Jugend bei uns mitgespielt. Da haben wir gegen die Deutsche Meistermannschaft später von Wetzlar gespielt. Ja, stimmt. Und der Hannes-Geist, ne, mein aktueller Trainer, war damals unser A-Jugend-Trainer und der hat dich da spielen lassen und du warst wirklich, das war nicht dein bester Tag, ne? Also du hast richtig Kacke gespielt. Philipp, du hast richtig, du hast, also ich erinnere mich daran, dass du nicht so gut warst, viele Fehler gemacht hast und du dann raus wolltest und der Hannes dich da durchgeprügelt hat. Kannst du dich da nicht erinnern? Ich hab das Spiel irgendwie voll gut im Kopf, vielleicht auch, weil das einfach so was Besonderes war, weil es mein erstes A-Jugendspiel war und weil ich irgendwie auch mit meinem Bruder zusammen im Innenblock dann da stand. Das kann schon sein. Vielleicht hab ich deswegen das auch nur so gut in Erinnerung, aber ich hab's auch so in Erinnerung, dass ich damals gegen, damals auch wie du schon sagst, gegen die Deutsche Meisterschaftsmannschaft und so, gegen Till Klimke, dass ich mir irgendwie drei, vier Tore gemacht hab. Ja, genau. Aber es kann auch sein. Aber der Hannes hat dich da auf jeden Fall durchgeprügelt. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ey, du bist so nach dem Motto, du musst jetzt. Genau, du musst da jetzt durch, so, ne? Auch wenn du mal irgendwie raus wolltest, hat er gesagt, nee, nee, du gehst schön aufs Hälsdruck und du musst da durch. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war sowas, da war sowas, da erinnere ich mich dran, ja. Ist aber auch schon ewig wieder her, ne? Also es ist schon. Über sechs Jahre, sechs Jahre müsste es jetzt her sein. Ja, sechs Jahre, sechs Jahre, ja, genau, sechs Jahre müsste es her sein, ja. Ja, verrückt, wie die Zeit vergeht, auch verrückt, wie die Zeit hier im Podcast vergeht. Wir müssen uns mal ein bisschen ranhalten. Eine Sache noch, wer, dein Trainer, wer ist denn der Trainer deiner Top-7? Betreuer kann ich direkt aus dem FF sagen. Ich glaube, der Name ist jetzt auch schon zweimal gefallen oder mit Luca auf jeden Fall einmal gefallen und das ist Peter Sabich. Peter Sabich. Das ist einfach eine Legende hier. Schmollmund, aber hintenrum eigentlich der liebste Mensch, den es gibt. Also hat mich sehr, sehr herzlich auch in der dritten Liga damals willkommen gehießen. Der hat immer nur so getan, als wäre er schlecht geworden. Ja, ja, der hat immer nur irgendwie so ein Gesicht aufgezogen, aber eigentlich der liebste Mensch. Wenn es dann nach den Auswärtsspielen hat seine Frau noch so richtig geil feschbar gemacht. Ich weiß nicht, ob das allen Begriffen ist, es ist einfach so Wurst, Käse und alles Mögliche. Ja, klar. Und dann stand da so ein kleiner Tisch vor dem Bus und einfach so ein lieber Mensch, der die Trikots gewaschen hat und so. Den würde ich jetzt als Betreuer nennen und Trainer. Hast du unter Nikola Jakobs und hast du nur trainiert, ne? Trainiert habe ich unter Nikola Jakobs ein paar Mal, ja. Witziger und guter Trainer auf jeden Fall, aber einfach nicht so den Bezug, würde ich sagen. Ähm, boah, also dann würde ich fast als nächstes schon sagen, das ist jetzt Frank Carsten. Und zwar, ich habe auch über Daniel Hase nachgedacht, der mich auch sehr geprägt hat in einer sehr turbulenten Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Aber so eine, mit dem ich mich jetzt auch nach wie vor, den habe ich tatsächlich gestern getroffen und auch ein bisschen mit ihm geschwätzt und so. Also auch immer noch sehr gut verstehe, aber irgendwie ist Frank Carsten mir schon sehr im Herzen geblieben jetzt, weil er mir einfach von Grund auf so ein Vertrauen gegeben hat. Und mir von Grund auf auch einfach das Gefühl gegeben hat von, du bist hier herzlich willkommen und wir brauchen dich und so. Und ich glaube, deswegen würde ich an der Stelle jetzt, Daniel, falls du es hörst, nehme ich mir nicht übel, aber Frank. Er hat ja schon die Auszeichnung Nachwuchstrainer des Jahres letztes Jahr gewonnen, von daher. Und er hat ja jetzt auch gerade bei Hand aufs Hartz seinen Podcast geführt, da habe ich ihm auch eine nette Nachricht hinterlassen. Ach, krass. Also wenn ihr da mal reinhört, dann versteht ihr auch ein bisschen die Bindung, die ich zu ihm habe. Aber, ja, Frank Carstens ist mein Mann. Jetzt in Wetzlar, ne? Jetzt in Wetzlar, ja. Geil, schon cool. Passt auch irgendwie, finde ich. Finde ich auch. So, erst, so, nachdem Kai Wandschneider da ja weg ist, lief es ja übel, Kacke bei denen, ne? Die waren ja eure Konkurrenz sozusagen im Abstiegskampf. Ja, ich glaube, das passt schon ganz gut zum Frank Carstens, der Trainerjob in Wetzlar. Gut, Philipp, 57 Minuten rum, fast eine Stunde vollgemacht jetzt, wir kommen zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich danke dir vielmals, dass du den Weg auf dich genommen hast und danke natürlich auch, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Ey, es hat wieder übel Spaß gemacht heute und für dich einfach, ey, toi, 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 ne? Du kommst noch ganz, ganz groß raus. Inschallah. Du machst das, Junge. Genau, das war Folge 28 von Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Damit verabschiede ich mich. Philipp, du dich auch. Danke, haut rein. Genau, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.